Jamitorial nie wieder gehe ich in Zeit denn wegen Patti nene nie wieder nie wieder wegen Kopfnullerplaßen so dass ich da stehe nie wieder nie wieder yo Leute was geht euer Error ist wieder back und heute habe ich euch für euch kein BO3 Video kein GTA Video ich will euch warnen aber richtig warnen weil es gibt jetzt eine bestimmte person auf youtube die klaut meine videos und hat mein haupt account gehackt also adidas 1004 und ja leute ich will euch nur einfach von dem typen warnen er ist ein zieher oder ein hacker eher gesagt und benutzt jetzt auch schon meine videos für youtube ich will euch einfach nur warnen da ist ein zieher oder ein hacker zum beispiel er benutzt meine videos sorry leute er benutzt meine videos für seinen youtube kanal ich blende mal ganz kurz der kanal ein der kanal ist auch unten verlinkt ihr könnt ihr gerne was schreiben aber er klaut meine videos und ich weiß nicht was ich machen soll und ja wird einfach sagen schreibt mal was in den kommentaren wenn ihr zu mir hält dass er aufhören soll oder so und ja er hat auch meinen haupt account für ps4 gehackt er hat mein haupt account für ps4 gehackt ich komme nicht rein und ja auf jeden fall leute ich wollte euch jetzt nur noch so eine kleine warnung geben von dem typen weil ich will nicht dass euch auch so was passiert und natürlich blende ich euch auch ein wie er heißt auf psn jetzt und ja er geht mit meinem psn um ganze psn also er geht mit meinem namen mit anderen leuten betrübt dass ich es bin aber er ist es und ja leute wenn er mit meinem account irgendwie unterwegs ist dann schreibt mich privat an oder per e mail oder so weiter und so fort und ja leute aber es kommen auf jeden fall videos ich habe noch einen anderen account zum glück und ja ciao haut leute